Hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge interaktive webinhalte mit h5p erstellen und in dieser folge werden wir uns mit einem ersten content type beschäftigen nämlich dem accordion hier und ich möchte mal zunächst zeigen was rauskommen soll accordion ist eine anwendung mit der man in erster linie informationen vermitteln kann und hier habe ich zum beispiel den aufbau der argumentation einleitung hauptteil und schluss und wenn man dann hier anklickt dann erhält man die entsprechenden informationen das ist also etwas auch zum selbst lernen oder um dinge zu erklären das wirkt jetzt im ersten moment wenig spektakulär und die interaktion ist auch in sich relativ übersichtlich aber wenn man dann accordions einbaut in größere content typen da kann man dann sehr schöne lerneinheiten damit gestalten die eben aus input bestehen dann mit quiz verbunden werden oder momentan noch in der alpha phase bei h5p einem tatsächlichen interaktiven buch dann auch wir schauen uns mal an wie ich jetzt so ein accordion erstelle ich gehe hier auf try out a bis z accordion ist hier am anfang es öffnet sich dann folgender übersichts und arbeitsbildschirm geben jetzt hier mal einen einen titel ein musik instrumente mal zum beispiel und jetzt hier meinen ersten accordion teil und ich habe hier ganz einfach mal text aus wikipedia kopiert um auch zu zeigen dass man hier eben auch links arbeiten kann die werden hier zum beispiel automatisch übernommen die kann ich zwar auch löschen hier und ich habe auch hier möglichkeiten der formatierung also wie man es aus einer textverarbeitung kennt ich kann was fett machen ich kann was kursiv machen ich kann verschiedene mit verschiedenen farben arbeiten also hintergrund und vordergrund farbe und natürlich schriftgröße ändern und überschriften formatierungen sind hier einige vorgegeben aufzählungszeichen sind vorhanden und wenn ich jetzt hier noch mal auf so einen link gehe kann ich mal schauen okay da wird der link direkt übernommen zielseite neues fenster das ist immer ganz wichtig dass das nicht die original seite zu macht sondern das in einem neuen fenster öffnet und jetzt habe ich hier meinen ersten panel angelegt jetzt würde ich ein zweites anlegen und das nenne ich jetzt mal die violine und auch hier habe ich einen text einfach aus wikipedia jetzt hier als beispiel schnell übernommen ich kann natürlich hier und soll natürlich auch meine eigenen texte verwenden und ich könnte noch ein drittes panel erstellen also kann eigentlich so viel beliebig viele erstellen und da gebe ich jetzt mal keinen text ein und dann habe ich hier noch h5p optionen was soll angezeigt werden wenn der content type dann beim endnutzer ankommt ich habe hier die möglichkeit den h5p download zu erlauben einen einbettungs button und den copyright button ich lasse jetzt mal alle da dass man das dann auch sieht und gehe auf save so und jetzt ist mein akkordeon fertig und ich sehe hier wer dann hier auf ein neues fenster geschickt das passt ich kann das hier öffnen kann das hier öffnen und hier unten habe ich diese button reuse und dann sieht man hier kann ich dann ein h5p file herunterladen was ich dann weiterverwenden kann aber nur in h5p wieder oder ich kann die seite wo einbetten in einer anderen webseite zum beispiel und hier ist der copyright hinweis von h5p und wie gesagt diese button kann ich zum beispiel gezielt einzeln ausschalten oder einfach alle rausnehmen save und dann erscheint das ganze so und dann schauen wir uns mal an wie schaut so was zum beispiel aus wenn es auf einer webseite dann eingebettet ist das wäre dann hier der fall also ich habe jetzt zum beispiel mal so ein akkordeon zusammengestellt zum thema zeitungsartikel schreiben und da sind die wichtigen informationen dann einfach zusammengefasst und ein paar beispiele und dann kann man sich hier durch arbeiten selbstständig ganz nach dem eigenen arbeitstempo ja das war also die erste lektion zu content types mit akkordeon angefangen relativ einfache sache aber man kann sich ja auch schon mal ein bisschen in die bedienoberfläche von h5p einarbeiten ich hoffe es hat euch ihnen gefallen und wir werden uns im nächsten video dann mit advanced fill the blanks beschäftigen wo schon viel mehr interaktion dann gefragt ist und die herausforderung für die schüler dann auch schon größer ist mit 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 mit